Das habe ich mal zur Fußball-WM geübt, mit dem Auto, in Dortmund. Ich war besoffen, Beifahrer, und wir hatten Gott sei Dank einen Kaffee dabei. Jetzt geht's los. Dann würde ich sagen, bitte mal einmal schnell mit der rechten Hand auf Wiedersehen. Hallo. Nee, also so geht das nicht. Jetzt aber mal alle zusammen mit der linken Hand bitte Hallo. Und mit der rechten Hand auf Wiedersehen. Und schon geht es los. Servus. Grüezi. Und Hallo. Hör mal, könnt ihr da oben jetzt bitte mal aufhören, mit den Beinen so zu schaukeln? Hallo. Nicht mit den Beinen schaukeln. Ich will das nicht noch einmal erleben. So wie damals. Mit Wüßen wackeln ging das an. Dann ging das Zahnfleisch mehr und mehr zurück. Das Ende war dann auf zwei, zwei. Ja, ja, ja. Hey. Wie geht's genau? Wie geht's genau? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Hallo. Hier gibt's Backfisch. Fisch. Hier gibt's nur in einer anderen Form. Und schießt. Weiter, weiter. Do it, do it. Baby, baby. One more time, one more time. Und schießt. Na, na? War schön da oben? Na sicher war das schön. Das waren ja auch 66 Meter hoch über Bremen. Und nicht über Kastropauzel, Orem Wattenscheid, Bielefeld oder noch schlimmer Paderborn. Paderborn? Stopp, stopp, stopp. Würde mir bitte eingefallen. Fahrt nie nach Paderborn. Ihr habt da nichts verpasst. Ich ruhe mit da. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Das einzige, wo du ja abends in Paderborn mal weggehen kannst, ist der McDonalds. Aber die schmeißen dich auch nachts. als mal hier raus. Ich liebe dieses Lebens, Lebens. Ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe, Moment, Moment. Indem man fängt, fängt. Yeah, yeah. Einmal, 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 einmal. Oh, 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 oh. Loh, loh. Die schneid ab, schneid ab, die kürzen einfach an. D, 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 L, L. Ihr habt es geschafft. Die Bügel öffnet sich dann automatisch, wenn ihr oben seid. Ach man, du bist Gesicht. Danke. Reicht. Wir wollen jetzt nämlich übertreiben. Manchmal möchte ich's zu gern mit Quatsch. Manchmal steckt die Pienkopf mehr drin als Simonek. Das Leben ist wie eine Praline in Schachtel, in Schachtel. Ja, ja, ja. Man weiß nie so genau, was drin steckt, in Schachtel. Außer man kauft die Praline bei Harald Blöck. Ja, ja. Harald Blöck. Erkennbar. Der hat ja neuerdings immer so weißes Zeug in seinem Praline. Marzipan. Was sagtet ihr denn? Letzame, letzame. Ich könnte, aber jetzt zu ist mit den anderen, denn so einer bin ich. Na einer für alle. Hinten und vorne jeweils an den Seiten. Da geht es auf. Da geht es auf. Aus diesem Ehrenwert. Wer noch? Dankeschön. Heilige Macht. Heilige Macht. Mühe wieder auf der vier. Arma. Arma. Wer wieder mitmacht, wer wieder mitmacht, möchte ich bitte schön. Komm schnell. Jetzt geht's. Wieder rup, wieder rup. Alli, alli, mach noch mehr. Alli, mach noch mehr.